Und was hält Sie nachts wach? Bei Schlafproblemen hilft Baldri Paran stark für die Nacht. Es beschleunigt nicht nur das Einschlafen, sondern fördert auch das erholsame Durchschlafen. Baldri Paran, natürlich durchschlafen, erholt in den Tag starten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Guten Tag und herzlich willkommen zu Adhoc24 am 5. Dezember. Seit dem 1. August gelten die neuen erleichterten Abgaberegeln. Somit ist die Nullretax bei fehlender Dosierangabe vom Tisch, oder? Eine Apothekerin aus Niedersachsen hat einen anderen Eindruck. Zitat, es scheint, als holen die Kassen nun alle Rezepte raus, die vor dem Stichtag des neuen Gesetzes ausgestellt wurden, um nochmal abzukassieren. Das ist reine Willkür und Wegelagerei, ärgert sie sich über eine Nullretaxation aufgrund fehlender Dosierangabe. Die Apotheken Umschau hat ein Interview mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach veröffentlicht. In der aktuellen Ausgabe geht es um seine Reformpläne und die Chancen, die er für vor Ort Apotheken sieht. Dass er in der von den Apotheken bezahlten Kundenzeitschrift den Raum bekommt, seine Reform besser zu verkaufen, als sie für viele Apothekerinnen und Apotheker tatsächlich ist, sorgt für massive Kritik. Also gibt es die Umschau derzeit vielerorts inklusive Aufklärung oder beigelegter Protestnote. Mit provokanten Motiven wendet sich die Noveda erneut gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ohne seinen Namen zu nennen, wird sein Handeln verantwortlich gemacht für die anhaltenden Lieferengpässe. Zitat, mehr Antibiotika, weniger Worthülsen, heißt es auf den Plakaten, die etwa am Berliner Hauptbahnhof gezeigt werden. Darunter eine Hand mit einem leeren Tablettenblister unter der Claim, gesucht zuverlässige Gesundheitspolitik. Apotheken dürfen Arzneimittel, die auf der Dringlichkeitsliste Kinderarzneimittel aufgeführt sind, austauschen gegen ein wirkstoffgleiches Fertigarzneimittel oder eine in der Apotheke hergestellte wirkstoffgleiche Rezeptur. Auch in einer anderen Darreichungsform. Arztrücksprache ist dabei nicht erforderlich. Die Präparate sind in der Software als austauschbar gekennzeichnet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.